Hallo, mein Name ist Vangili und ich bin Bauleiter bei Goldbeck. Goldbeck ist eines der führenden Bauunternehmen in Europa. Wir planen, bauen und betreuen maßgeschneiderte Gewerbegebäude. Die Bauelemente fertigen wir in unseren eigenen Werken vor, seriell und in hoher Stückzahl. Auf der Baustelle werden die Schlüssel fertig montiert. Was uns auszeichnet? Wir sind Technologieführer bei der Digitalisierung des Bauens. Alle projektrelevanten Daten von der Ausführung, Planung, Konstruktion und Betrieb bei Goldbeck vernetzen wir mittels der BIM-Methodik. Dabei entstehen enormen Datenmengen, wie zum Beispiel Fotos, Unterlagen und E-Mail-Verkehr. Eine übersichtliche Struktur ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff. So sind wir auch immer auf dem aktuellen Stand. Aber es gibt etwas, was noch besser werden kann. Und zwar das wiederholte Ablegen dieser Information ist sehr zeitaufwendig. Hilft uns, einen digitalen Assistenten zu entwickeln. Sprich, ein selbstlernendes, proaktives System, das Informationen aufnimmt und verteilt. Bei über 500 Projekten jährlich hat eine smarte Lösung Potenzial, Zeit und Kosten enorm zu reduzieren. Und wir wären euer erster Kunde. Bewerbt euch und macht mit bei der Goldbeck Challenge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.